Handball-Bundesliga ist frisch auf Göppingen und Trainer Rolf Brack haben sich einvernehmlich getrennt. Das gaben die Baden-Württemberger am Donnerstag bekannt. Göppingen hatte die abgelaufene Spielzeit auf Platz 10 beendet. Es war eine interessante und intensive Zeit, sagte Bracks. Letztendlich gab es unterschiedliche Auffassungen in der Bewertung der abgelaufenen Saison und über die sportliche Weiterentwicklung in der neuen Saison 2018-2019. Wir sind Rolf Brack für die geleistete Arbeit dankbar. Er hat frisch auf Göppingen in einer schwierigen Situation übernommen und sich in den vergangenen Monaten intensiv für den Verein eingesetzt, wird Ulrich Weiß, der Aufsichtsratsvorsitzende vom FA, auf der Homepage des Klubs zitiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017